Von Weinbergen umgeben das Wallfahrtskloster Jakobsberg oberhalb von Ockenheim und mit Blick auf das Rheintal. Heute ein teilweise neu errichtetes Bildungshaus, Jugendhaus und modernes Kloster. Religion und Spiritualität haben einen weiteren Schwerpunkt in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen. Zur History. Seit 1720 Wallfahrt zu Ehren der 14 Nothelfer. Heutige Kapelle von 1862. Neoromanisch. Mit Nazarener Bildern aus dem 19. Jahrhundert ausgemalt. Kobogen mit farbigen Keramikreliefs der 14 Nothelfer. Ein hohes Christus, Pantocrator Glasmosait von 1952 in der Absis. Heute ist das Kloster Jakobsberg Werkstätte der Missions Benediktiner von St. Ottilien. die Gestalt und Eisenbukum deutschen Amen. Amen. Amen.